Ich habe die Tiroler Meisterin der Jugend vor der Kamera, sie ist Nikola Binska. Nikola, wie fühlt sich dieser Meisterschaftssieg für dich an? Sehr, sehr schön, weil es ist ja mein Erster und ich habe auch mein Pferd noch nicht so lange und es ging auch nicht immer so gut und da ist es sehr, sehr cool, dass es jetzt geklappt hat. Hast du weitere Ziele mit deiner Brangelina? Ja, auf jeden Fall, ich will auch sehr weit mit ihr kommen und ich hoffe, dass es noch weitere schöne Runden am Turnier gibt und dass es in der R2 immer noch so gut geht dann. Und beschreib kurz Brangelina, was ist ihre Stärke? Also im Vierk kämpft sie immer für mich, sie ist im Vierk immer die Bravste und ich habe sie einfach so unglaublich lieb und das ist für mich auch das Wichtigste am Raten. Herzlichen Gratulation zu deinem Sieg und danke fürs Interview. Shelley Malone Musik 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 Schip Musik Es Vielen Dank.